Zumindest ne Katzi. Mh, lecker. Mir geht's prima, danke. Mh, beschwört also Gegner. Geht hin, Galvinland. Möge dir unversehrt bleiben. Jungfrau Astrea. Den Menschen töten. Dies ist eine Zuflucht für diejenigen Verlorenen. Hier gibt es nichts für eure Zinklinder oder Brandschätzen. Okay. Bitte. Geht in Frieden. Ich weiß halt nicht, ob die gleich auf mich runterstürzen. Deswegen kill ich die lieber. Ach baby, all der Tod ist eine Zweig. Doch, das ist ein Zerz. Ja. 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 Gott, es sind hier viele. Ui, ich dachte, ich falle da jetzt runter. Ich find's die Boss Arena ja auch eindrucksvoll hier gemacht, ne? Ich mein, dass du nicht einfach hier so einen runden Raum oder sowas hast zum fighten. Sondern hier wirklich, ähm, ne interessante Umgebung. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich geh drauf. Uff, Junge. Uff. Ich kann mich da drin nicht bewegen, in der Suppe. Hey, pst. Mir hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo dagelassen. Schnell, hol's schnell nach. Kriegt keiner mit. Jetzt waren eigentlich die Nicht-Töte. Mal gucken, ob gleich runterkommen oder nicht. Aber jetzt ist er auch nicht so weit unten. Ich frage mich, ob sie noch einen spawnt, wenn er besiegt ist. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich ist es nämlich gar nicht mal das Ding, den zu besiegen, sondern... Ich muss im Grunde an ihm vorbeikommen und sie besiegen. Oh, komm. Shit. Jetzt wollten wir gerade beide gleichzeitig angreifen. Der war schneller. Wow, der kann sich komplett hochheilen. Er hat einen Heilzauber. Er hat einen Heilzauber. Ach doch, hat er was. Nice. Das wird sie doch bestimmt wieder einen neuen machen. Zeichen des Todes. Okay. Was, ich kann mit ihr reden? Wieso kann ich mit ihr reden? Ihr, ihr habt ihn getötet, nicht wahr? Ich habe ihn getotet, nicht wahr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017